I'm the leader of the foxes! Who are you? I'm the leader of the foxes! Who are you? Oh, das kleine Ding buddy blockt! Das kleine Ding hat's gemacht und hat's geschafft! Ich kann mich auch nicht weiter bewegen! Achso! Ja, weil du's nicht eingesehen hast! Vor allem, ich hab ja so'n Fliegenproblem, ne? Und zwar, ich hab mal in der Smile, bevor ich geschnitten habe, ne? Gesehen, inzwischen durch, wo ich nix sage, hat man die Fliegen gehört, wie sie auf mein Mikro landen! So! So hat's jetzt ungefähr angehört! Oh, gib den! Ja! Ja, Mama! Die brauchen gar nicht mehr spielen! Gleich im 6-Button drückt nach einer Minute! Ich war scheiße! Aber ihr wart gut! Nee, nee! Ich hab gar keine Leistung hergebracht, ja? Also, ich hab versucht, aber nicht getroffen! Ich weiße! Da war ich jetzt kreise! Oh, jetzt hätte ich Glas zütteln sollen! Ich wollte den Kill lassen, weil du voll gut bist gerade! Oh, ich hasse mich selber! Ja, ha, ha, ha! Ja, ha, ha, ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, ha! Ja, ha, 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 ha! Das heißt, wir skaten wir aber beide! Boah, bei mir hat ich... von nix! Was will der? Ja? Weil er ist, wenn er sich hier grad messen will? Mit James und Niklas! Vor allen Dingen, hä? Der macht uns eins bis drei, äh! Was? Ich bin eine ganze Eichhörnchenarmee! I don't want it for all! Was? Hat er gesagt? Komm, wir haben wir noch! Bam! Bam! Let the heavens burn! Bohohohoho! The enemy has been slain! Ow! Got that sucker! Where my money at? Let's open! Weißt du, wieso? Let's open! Hallo tot! Hier, lass mal da machen! Unser Ziel von vorhin! Hast du? Oh, Mama! War das so leise genug? Ich mach Musik einfach lauter an der Stelle! Lass mich gleich heute! Und dann fragen sie sich zu, Leute! Warum? Ja, das werden die nie erfahren! Ja, hast gefurzt! Ja, wow! Das werden die nie erfahren! Ich hab' gefurzt! Ich hab' gefurzt! Was bist du? Oh, ähm! Hier, das bist du! Eine Werbung! Willkommen bei McDonalds! Ihre Bestellung! Bitte! Eichhörnchen im Menü! Mit Eicheln und Baum! Drache-Wache! Mit Gegner-Clear! Das ist ja der irgendeinste Gott, Alter! Das ist ja der irgendeinste Gott! Das ist ja der irgendeinste Gott! Der Verziergang! Ja, komm ich hier rum! Ich will nicht sterben! Ein Spiel ohne Death, was schön ist! Oh, die haben Angst! Squiddy-Giddy- Oh, oh! Hallo, Niklas! Hallo! Ich bin ganz weit weg! The Final Countdown! Du 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 du! Du 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 du! Du 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 du! Du 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 du! A great big wave! No a fox! King Arfa! Hallo! Süßer! A Frau! Da war mal eine Frau! Stopp! I will stopp! He! Weißt du was da ist? Drache! Treffen! Spektakulär wurde das gute Wort. Spektakulär. 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 Spektrum. 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 Okay, der alte Mann gehört mir da hinten. Oh, ist der Falle. Der gehört trotzdem mir. Du musst doch was... Du musst doch ja mit. Warum? Viel Spaß du. Ja, was ist das? Geh mal weg, ey. Wie krass, was geht hier? Das ist wie eine lange Pause gehabt in diesem Spiel, glaub ich. Ich hab gestern zu wenig gespielt. Vor allem steht 17-0. Noch keiner hat nen Death. Oh nein! Ich bin gar nicht aufgefallen. Mach Spaß! Er macht das Ravage zu Ende. Oh, feiler. Und er stirbt! Du hast zählt nicht als Tod, Alter, weil keiner... Und ich werde gemacht! Es wird nie nen Death geben! Es wird nie nen Tod geben! Ich hab mich gerettet! Ich hab mich gerettet! Ich hab dich gerissen! Aber 19-0! Oh mein Gott! Was war das denn? Ohne einen Dev des Teams. Nicht einer. Obwohl eine Millisekunde später wär ich der erste Dev gewesen. Ich sag's so, er hätte mich den Tower down machen und dann so, ok Niklas stirb. Ja, aber ich hab ihn nicht angegriffen. Ich hab ihn angegriffen! Ich hab gemerkt, dass du sie zu retten. Aber cool. Ja doch mal sehr nett von dir. Danke bist du schon, Leute. Sehr lustig. 19-0-Runde. Oder muss los? Ne, wir haben 19-0-Runde doch. Sehr cool ist das. Oh, ich glaube... Meine Gegner haben 06, 07, 06. Ich frage mich, ob die sich gegenseitig geflammt haben. Von der Rocket Launcher. Von mir, ob der wie er die anderen beiden geflammt hat. Der Name ist schon Toxic. So, ich geh jetzt kurz auf Toilette, ne? Danke schön. Bis dann, euer Hiroki und euer XD-Lollmaster. Hallo, Death Dragon! Ciao! X-D-Lollmaster.